Liebes Fräulein Maja, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten. Nun einige Fragen von vielen, vielen Fans. Wie sieht denn so ein Alltag, so ein Bienenalltag aus, wenn man so ein Bienensuperstar ist wie Sie? Am allerliebsten verbringe ich meine Zeit mit meinen Freunden, draußen auf der Klatschmohnwiese. Wir singen und tanzen und lachen am liebsten den ganzen Tag lang. Nun Maja, ich hoffe, ich darf nur sagen, warum sind dir denn Freundschaften so wichtig? Was bedeuten sie dir? Meine Freunde sind das Allerwichtigste für mich. Sie stehen mir immer zur Seite und wir helfen uns gegenseitig. Außerdem erleben wir zusammen die tollsten Abenteuer. Was dürfen die Fans erwarten? Worauf dürfen wir uns freuen? Es wird auf jeden Fall neue Abenteuer geben, das verspreche ich. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten. Wenn ich ein Insekt wäre in deinen nächsten Abenteuern, welches wäre ich und was wären meine Eigenschaften? Ich glaube, du wirst ein Grashüpfer, so wie Flip. Er weiß eine Menge und hat mir immer viel zu erzählen, was auf der Klatschmohnwiese so alles passiert. Abschließend, willst du noch jemanden grüßen oder kann ich noch irgendwas für dich tun? Ich grüße alle deine Fans und natürlich meine Freunde. Hab noch einen sonnenschönen Tag. Maja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und auf ganz bald. Vielen Dank für's Zuschauen.